Ihr wollt spielerisch euren Terminal kennenlernen, dann habe ich genau das Richtige für euch. Mit dem Webbrowser-Spiel Wargames könnt ihr euren Terminal kennenlernen und spielerisch als in Klammern Hacker euch durch verschiedene Server hacken und so lernen, wie man mit dem Terminal umgeht. Aber wie das Ganze funktioniert, zeige ich euch gleich. Als erstes ein kleiner Tipp von mir, macht das Ganze erstmal in einer virtuellen Maschine, damit euer Originalsystem sicher ist und nicht irgendwelche komischen Überraschungen kommen. Das ist immer geboten, wenn ihr online irgendwelche Sachen macht, die eventuell nicht ganz so sicher erscheinen. Was wir als erstes brauchen ist einen Browser, da ist relativ egal welchen ihr habt. Dann gehen wir auf die Internetseite overthewire.org Dann habt ihr hier das Spiel. Ich mache hier mal ganz kurz den halben Bildschirm. Dann gehen wir hier auf Bandit und schon können wir das Spiel starten. Ihr seht hier, ihr müsst euch durchlesen, was ihr zu tun habt und wie ihr das Ganze macht. Ich werde euch die ersten 3-4 Level zeigen und dann könnt ihr das Ganze selbst probieren und euch bis 34 durchkämpfen. Was ich jetzt als erstes mache, ist ein Terminal öffnen. Dann mache ich den hier zur Hälfte. Auch groß und dann können wir starten. Das Spiel sagt uns, was wir zu tun haben, wenn wir auf Level 0 gehen. Wir müssen eine SSH-Verbindung zum serverbandit.labs.overthewire.org eingehen. Auf Port 2220. Der Username wird Bandit 0 sein fürs Erste. Und dann können wir anfangen. So, dann starten wir das Ganze. Wir gehen auf SSH-Verbindung zum serverbandit.labs.overthewire.org. Wir gehen auf SSH-Verbindung zum serverbandit.labs.overthewire.org. Doch hier immer wieder irgendwelche hilfreichen Artikel, die ihr euch durchlesen könnt, wie ihr bestimmte Sachen benutzt. Aber dann können wir fortfahren. So, dann lassen wir uns das Ganze erstmal connecten. Mein Internet ist wieder on point. Wir geben hier mal einen Fingerprint Yes ein. Da wir auf einer virtuellen Maschine sind, ist das uns relativ egal. Warning List, äh, Delete Permanently Elit. So, okay. Und jetzt haben wir hier ein Passwort, das wir eingeben müssen. Da wir das hier wissen, steht hier Bandit.0. Geben wir ein Bandit 0. Also nicht Punkt 0, das war mein Fehler. So, dann kommen wir auf den Server. So, das hat schon mal soweit funktioniert. Perfekt. Dann gehen wir auf Level 0 zu 1. Und jetzt müssen wir herausfinden, wie das Passwort zum nächsten Benutzername und zwar Bandit.1 ist. Die Benutzernamen sind immer wieder neu. Auf jedem Level sind die Benutzernamen Bandit 0, Bandit 1, Bandit 2, Bandit 3 und so weiter und so fort. Jetzt müssen wir herausfinden, wie das Passwort zu Bandit 1 ist. Wir haben hier, das Passwort für den nächsten Level ist in der Datei Readme im Home Directory. Das heißt, wir müssen herausfinden, hier sehen wir auch, use this password to log into Bandit 1 using SSH, whatever you find. Es ist immer wieder dasselbe, wie gesagt, Bandit 0, Bandit 1, Bandit 2 und jetzt müssen wir die Datei suchen und zwar die Readme Datei. Wie sehen wir das? Als erstes schauen wir uns mal die Umgebung an mit LS für List. Dann haben wir hier Readme und dann sehen wir hier LS. Diese Commands sind für uns ganz gut, um zu schauen, wie, wo, was. Wir haben jetzt LS gemacht. CD brauchen wir nicht, weil wir keinen Ordner haben. Cat ist die Datei, um Inhalte von Dateien anzeigen, äh, ist der Command, um Datei Inhalte anzeigen zu lassen. Cat Readme. So. Und dann sehen wir hier Congratulations, your first step into the Bandit Game. Und dann haben wir hier das Passwort. Dann kopieren wir uns das. Und loggen uns aus auf diesem Server. So, was wir jetzt machen ist, wir machen eine Datei, die nennen wir Passwörter oder Passworts, wie auch immer. Und zwar auf unserem eigenen System Touch PasswD Wargame.txt Dann schreiben wir den Befehl Echo. Machen zwei Anführungszeichen. Dann zwei Größer-als-Zeichen. Und den Namen PasswD Game. Das machen wir mit Autocomplete. Und hier schreiben wir jetzt rein, zum Beispiel, Bandit 0 ist gleich Bandit 0. Das wissen wir ja schon, das haben wir ja. Dann machen wir ein Enter. Dann machen wir das gleiche nochmal, nur mit Bandit 1. Bandit 1. Und kopieren mit Shift und Strg V das rausgefundene Passwort rein. Und drücken wieder Enter. Und wenn wir uns jetzt die Datei PasswD Game anzeigen lassen, dann haben wir hier die zwei Passwörter eingefügt. So, dann gehen wir jetzt wieder auf den Server. Und zwar mit dem Benutzernamen Bandit 1. Enter. Jetzt fragt er uns wieder nach dem Passwort. Fügen wir ein. Sieht man jetzt nicht. Aber dann kommen wir auf den Server mit Bandit 1. Dann klicken wir von Bandit 1 auf Bandit 2. Müssen wir jetzt. The Password for the next level is stored and called file locate. Located in the Home Directory. So, dann wieder LS und wir sehen, da ist eine Datei, beziehungsweise ja, es ist eine Datei und zwar ein Minuszeichen. Wenn wir jetzt aber Cut Minus eingeben, wird dann nicht viel passieren. Mein Internet ist leider gerade ein bisschen komisch, aber naja. So, wir sehen, es passiert nichts. Wir haben aber die Möglichkeit, das Ganze anders anzeigen zu lassen und zwar Cat Punkt Schrägstrich Minus. So, wie habe ich das jetzt rausgefunden? Man kann immer bei jedem Command, den ihr in der Zeile eingebt, im Terminal, könnt ihr MAN und dann zum Beispiel Cat eingeben. Und dann habt ihr das Buch, das Handbuch für Cat zum Beispiel und dann können wir runter scrollen, wie auch immer. Mit Q kommen wir wieder raus. Wenn ihr das nicht findet, dann könnt ihr googeln. Hier, dashed filenames, dann sucht ihr zum Beispiel nach dashed filenames. Und jo, alles ablehnen. How you dashed filename in Terminal. Könnt ihr zum Beispiel hier reingehen und dann wird euch eventuell geholfen. Und hier sehen wir Cat und hier sehen wir den Command, den ich eingegeben habe. Und somit bekommen wir auch hier unseren Output. Das ist ein ganz schönes Spiel, finde ich, um einfach die Commands zu lernen. Und da wir ja das Passwort hier oben haben, kopieren wir uns das wieder. Drück kopieren. Ups, das war mein Fehler. So, und klicken dann wieder auf Logout. Beziehungsweise geben Logout ein. Ihr könnt auch Exit eingeben, dann kommt ihr auch wieder raus. Und jetzt machen wir wieder eine neue Zeile für das neue Passwort mit dem Echo Befehl. Fügen das ein. Nennen das Ganze Bandit 2. Enter und Cut Pass, WD, Wargame, Text und wir haben das dritte Passwort drin. So, jetzt kommen wir zum Level 3, von Level 2 auf Level 3. Wir loggen uns schon mal wieder ein. Bandit 2. Äh, nee, so. Bandit 2. Ich mache das jetzt vereinfacht. Man könnte das Ganze auch automatisieren. Aber, wir machen das jetzt mal so, dass ihr nicht, dass es für euch kein Overkill gibt. So, okay. Das Passwort von der Next Revenue ist called in bla 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 Spaces. So, das ist auch relativ einfach. Wir schauen wieder LS. Was gibt es denn? Spaces in File Name. Dann versuchen wir das Ganze nochmal mit Cut. Cut. So. Dort. Scht. Und dann machen wir Auto Completion. Und wir haben, das ist die Schwierigkeit in diesem Befehl. Wenn ihr nämlich das Ganze so eingeben würdet, dann funktioniert das nicht, weil ihr, ja, ihr müsst die Spaces sozusagen entfernen. Und das geht im Terminal, indem man immer einen Backslash hinter das Wort, beziehungsweise vor das Leerzeichen macht. So, Enter. Und wir haben das nächste Passwort. Kopieren das. Kopieren das. Loggen uns aus. Log out. Suchen uns wieder unseren Echo Befehl, indem wir die Pfeiltaste nach oben machen. Drei. Löschen das raus. Und fügen es mit Shift-SDRG-V ein. Zack. Und wieder überprüfen, ob wir es haben. Pass. W. B. D. Und das dritte Passwort ist auch drin. Und ich würde sagen, ich lasse euch den Rest mal selber machen. Wenn ihr Hilfe braucht, könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch bitte einen Daumen da, abonniert den Kanal und wir sehen uns beim nächsten Video. Viel Spaß bei Wargame und beim Lernen des Terminals. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.